Der sechste Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter Ihnen, trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher und unserer Partei, sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, national zu verlieren.